Dort, wo zwei mächtige Ozeane aufeinandertreffen, beginnen Sie Ihre Reise zu den Highlights des südlichen Afrikas. An der Whale Route beobachten Sie sanfte Meeressäuger. Kulturreichtum, die edelsten Tropfen des Landes und malerische Landschaften begeistern Sie anschließend in Kapstadt. Tauchen Sie ins pulsierende Leben der Mother City ein. Im Anschluss folgen Sie dem Ruf der Wildnis und begeben sich mit den besten Guides des Sabi Sand Game Reserve auf die Spuren der legendären Big Five. Lassen Sie sich zum Ende Ihrer Reise vom Rauch der Donnert verzaubern und bestaunen Sie die Victoria Fälle beim Baden im Devils Pool. Jans Tour führt Sie in 15 Tagen zu den Highlights im südlichen Afrika. Das trifft genau Ihren Geschmack? Oder möchten Sie lieber Ihre eigene Afrika-Reise zusammenstellen? Unsere Reiseexperten freuen sich darauf, Ihren maßgeschneiderten Urlaub zu planen. Es gibt unheimlich viel zu entdecken. Wir sehen uns in Afrika.